Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem coolen Titel, wie wir eine Millionen Umsatz gefunden haben und das ist nicht mal übertrieben, sondern eher untertrieben und was es genau damit auf sich hat, werde ich dir genau in dieser Folge verraten und vor allem, wie du das auch für dich nutzen kannst. Bevor wir hier doch starten, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dem Video mal ein Like da lässt und den Kanal auch abonnierst, damit der YouTube Algorithmus mal ein bisschen aus dem Quark kommt. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein und ich werde dir verraten, wie wir diese Millionen gefunden haben und was du davon lernen kannst. Die große Frage ist doch jetzt, wo hat sich diese Million versteckt und wie kannst du was davon abhaben bzw. wie kannst du es in deinem eigenen Unternehmen nutzen? Und ich habe dieses wunderbare Bild hier mitgebracht, weil tatsächlich in den letzten Jahren es mich sehr daran erinnert hat, dass man nur an der Oberfläche dieses Eisberg-Modell hat und an der Oberfläche sieht man eigentlich nur LinkedIn-Content und auch Ads, auch bei uns sieht man nur das. Aber was alles dazu gehört, um wirklich darüber Leads, Kunden und Anfragen zu bekommen, ist natürlich deutlich mehr als nur diese zwei Bausteine. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich heute mit dir reinspringe und mal wirklich den Vorhang aufmache und dir ganz genau zeige, was wir alles gemacht haben, um Leute konvertiert zu bekommen, was alles nicht auf der Plattform ist. Das bedeutet, das eigentliche Geschäft und das eigentliche Konvertieren von Interessenten findet nicht auf LinkedIn statt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift und ich glaube, das ist auch das, was du verstehen solltest. Wir kriegen auf LinkedIn supergute Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe hin, die Konvertierung findet aber woanders statt. Und wenn du gut aufgepasst hast, kannst du dir vielleicht denken, welcher eine Kanal wirklich zu über einer Million in den letzten Jahren geführt hat. Als jemand, der natürlich in den letzten Folgen mit dabei war, kann er sich denken und zwar das wunderbare Thema E-Mail-Marketing. Und ich muss vorweg schicken, ich rede hier nicht von einem stiefmütterlichen Newsletter, den man rausschickt. Das habe ich tatsächlich am Anfang auch verdammt lange gemacht. Nette Bilderchen, kleine Storys, vielleicht mal ein YouTube-Video und das war es dann auch. Natürlich habe ich darüber nie einen Termin bekommen, nie eine Anfrage bekommen und schon gar nicht einen Kunden gewonnen. Aber irgendwie wurde mir erzählt, das muss man machen, man braucht eine E-Mail-Liste. Bis ich irgendwann da mal eingetaucht bin, mir gefühlt jeden E-Mail-Marketing-Kurs gekauft habe, den es da draußen gibt und angefangen habe, dieses System zu implementieren. Und ich zeige dir mal ganz genau, was wir tun. Im letzten Video habe ich dir ja unseren Vortrags-Funnel sozusagen gezeigt. Das bedeutet, die Leute kommen über eine Landingpage rein, gucken sich dann unser Training an und buchen sich dann bestenfalls sozusagen ein Telefonat mit uns und wollen loslegen. Fakt ist aber, dass viele Leute das nicht tun. Also man kann sich auch so merken, dass ungefähr 5% der Leute sich dein Training angucken und direkt sozusagen einen Termin buchen. Und das passiert ja hier wirklich innerhalb von 24 Stunden. Also wenn überhaupt, jemand kommt rein, guckt es sich an, perfekt. Und das bedeutet, wir müssen unser gesamtes E-Mail-Marketing natürlich ein bisschen auf längere Sales-Zyklen ausrichten. Das bedeutet, der erste Horizont sind meiner Meinung nach so 0 bis 30 Tage. Und das einzige Ziel, was wir tatsächlich in den ersten 30 Tagen haben, ist, dass die Leute immer wieder unseren Vortrag sozusagen sich angucken. Das bedeutet, fast alle E-Mails in den ersten 30 Tagen führen immer wieder aus unterschiedlichen Winkeln zu dem Vortrag. Guck dir den an, guck dir den an, guck dir den an. Weil tatsächlich viele Leute, die sich eintragen, gucken sich das Ding nie an. Wie häufig hast du es, wo du dich irgendwo eingetragen hast und dann nie reingeguckt hast. Und das bedeutet, das ist eine Erinnerung. Und ich rede hier von in diesen 30 Tagen nicht, dass man die Leute jetzt irgendwie bombardieren sollte. Du hast vielleicht zwei E-Mails pro Woche. Na, das heißt, du hast ungefähr so sechs bis acht E-Mails. Und da muss man halt relativ kreativ werden, dass man es schafft, dass die Leute sich den Vortrag angucken und perfekt. Zusätzlich fangen wir natürlich hier auch an, in diesen E-Mails schon das Telefonat ein Stück weit unterzubringen. Und so einen kleinen Mini-Pitch einzubauen, zu sagen, hey, wenn du mit dem Thema LinkedIn starten willst, und darüber Anfragen bekommen willst, skalieren willst, dann buch dir ein Telefonat und lass uns unverbindlich sprechen. Die größte Chance hast du aber, wenn dieser Vortrag richtig gut ist, dass die Leute ein Telefonat nach dem Vortrag sozusagen buchen. Das bedeutet, erstes Ziel von den 30 Tagen ist wirklich, die Leute in den Vortrag zu bekommen. Und das erhöht auch die Chance. Und jetzt kommt natürlich so ein offenes Feld. Ich würde mal sagen, 30 bis 90 Tage. Vielleicht machen wir das hier ein bisschen hübscher. Zack, den haben wir ein bisschen weg. Dahinter kommt natürlich nämlich auch noch was nach den 90 Tagen, was man da macht. Und in 30 bis 90 Tagen gibt es eigentlich so verschiedene Winkel, die sich über die Zeit rauskristallisiert haben, die sehr gut funktionieren, um Leute in den Gespräch zu bekommen. Ein guter Winkel ist tatsächlich sowas wie ein Story-Pitch. Das bedeutet, das kann sowas sein, vielleicht hast du die E-Mail von mir mal bekommen, Content alleine reicht nicht. Wo ich einfach erkläre, dass wenn du zwar regelmäßig auf LinkedIn postest, ist es immer schon mal super gut. Wenn du Reichweite bekommst, ist es auch super gut. Aber Content alleine wird halt nicht stabil zu Anfragen und zu Kunden führen, sondern du brauchst dafür ein Funnel. Und wenn du ein Funnel brauchst oder ein Vortragsfunnel haben willst, dann lass uns doch mal unverbindlich sprechen. Buch dir ein Telefonat. Wir schauen darauf, was du hast. Und erzählen dir ganz genau, wie deine Strategie für LinkedIn aussehen kann. Und dieser Story-Pitch, wenn die Story gut ist und die Leute verstehen, warum es sich lohnt, ein Telefonat zu buchen, buchen die Leute Termine darüber. Es gibt tatsächlich E-Mails und auch Story-Pitches, wo ich teilweise 20 bis 30 Termine mit einer E-Mail bekommen habe. Also völlig verrückt. Und das sind natürlich auch die Sachen, die wir dann in die Automation packen, wenn das so gut funktioniert. Ein Winkel. Zweiter Winkel ist natürlich, dass du Case Studies oder Testimonials vorstellen kannst. Weil das beste Marketing ist natürlich Kundenergebnisse. Das bedeutet, wenn du irgendwas Cooles in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden sozusagen erlebt hast, kannst du das natürlich in Videos einfangen. Du kannst ein schriftliches Testimonial sozusagen bekommen. Aber ein Videointerview ist natürlich immer das Coolste. Und das kannst du natürlich in deine E-Mail-Liste schicken und die Leute verstehen, hey, derjenige macht einen guten Job. Vielleicht will ich auch mal wieder Kunde oder wieder Kundinnen sozusagen mit denen zusammenarbeiten und das erzielen. Super simpler Funnel bzw. Winkel funktioniert sehr gut. Dann das Nächste ist, was man auch immer wieder machen kann, ist kleinere Videos zu machen. Also, was du natürlich hast, ist in deinem Vortrag, bestenfalls hier vorne, erklärst du so dein Kernkonzept. Das bedeutet, warum Leute mit dir zusammenarbeiten sollen, was die Methodik ist, was die Ergebnisse sind, was die Probleme sind. Das Themenfeld ist ja aber ja gigantisch groß. Also, am Ende kannst du so ein YouTube-Video eigentlich auch wie so ein Conversion-Video sehen, ein Stück weit. Weil ich natürlich auch ein bisschen mehr meine Welt erkläre, dir ganz genau erkläre, wie du irgendwie mehr Umsatz machen kannst über LinkedIn. Und das bedeutet, so ein Conversion-Video, vielleicht ist Conversion-Video der falsche Begriff. Ich glaube eher, ich würde sowas wie Value-Video sagen, wo man irgendwie so, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten Mehrwert gibt und die Leute nochmal so Gespür für dich bekommen, verstehen, was du ganz genau tust und du am Ende natürlich sagen, hey, wenn das heute cool für dich war, dann buch dir doch gerne mal einen Termin. Lass uns doch mal sprechen und gucken, wie das Ganze vielleicht auch für dich funktionieren kann. Auch das hat in der Vergangenheit verdammt gut funktioniert. Wenn ich da gute Videos gemacht habe, haben sich Leute gemeldet. Wenn ich keine guten gemacht habe, hat sich keiner gemeldet. Dann eine coole Sache. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch vielleicht für andere Bereiche adaptieren kann. Bin ich irgendwann drauf gekommen, im E-Commerce-Bereich gibt es so Flash-Sales. Das bedeutet, einmal pro Monat oder, keine Ahnung, in irgendeinem Tunus kann man für 24 Stunden irgendwas günstiger kaufen. Und das habe ich irgendwann auch eingeführt für unseren kleinen Accelerator. Also wenn du unseren Accelerator-Kurs noch nicht hast, kauf dir das Ding. Bester LinkedIn-Kurs, den es auf dem Markt gibt. Und da habe ich zum Beispiel auch so Sachen gemacht, dass ich den, alle Leute, die innerhalb von 24 Stunden buchen, kriegen eine Profilanalyse von uns kostenfrei dazu. Oder zum Beispiel so ein Black Friday Sale haben wir auch gemacht. Und das hat teilweise innerhalb von 24 Stunden wirklich zu 50 plus Verkäufen geführt. Wir verdienen kein gigantisches Geld mit diesem Kurs. Das ist auch am Ende gar nicht unser Ziel, sondern das Ziel ist, die Leute auszubilden, was überhaupt mit LinkedIn möglich ist. Aber du kannst dir ausrechnen, 50 Leads, beziehungsweise sind es ja dann auch schon Bestandskunden, ist natürlich Gold wert über die Zeit. Weil was wir auch beobachtet haben, wenn Leute in unseren Accelerator kommen, sind die meistens danach so begeistert, dass sie sagen, ey, wie kann ich direkt mit euch zusammenarbeiten? Wie kann der nächste Schritt irgendwie aussehen? Und insofern ist so ein Flash Sale auch am Ende Gold wert. Und letztes Punkt ist natürlich, dass man seine E-Mail-Liste auch immer super gut zu einem Live-Training wieder einladen kann. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Aber es gibt wirklich Leute, die waren 3, 4, 5, 6 Mal, ich glaube wirklich Rekord ist 6 Mal beim Live-Training bei mir dabei, bis sie dann irgendwann gesagt haben, hey, ich melde mich mal bei euch und ich arbeite mit euch zusammen. Und das Coole ist an diesen Live-Trainings, dass man halt den Leuten immer wieder einen Aufhänger gibt, einfach immer wieder euch zu erleben, immer mehr Vertrauen aufzubauen, vielleicht nochmal eine Frage zu stellen, die irgendwie im Kopf ist, die ihr heute noch nicht beantwortet habt. Und dass sie dann am Ende sagen, ja, ich arbeite dann am Ende mit euch zusammen. Und wirklich die 1 bis 90 Tage ist das Coole, kann man wirklich in eine super hochkonvertierende E-Mail-Automation bringen. Das bedeutet, die 90 Tage fasse ich auch nicht an, die ist perfektioniert, jemand kommt in unsere Welt und 90 Tage kriegt er unsere allerbesten E-Mails. Und ich weiß, dass das ultimativ natürlich zu ordentlich Anfragen und Terminen führt, dieses System. Also hier kommen ordentlich Termine und Leads rein und das führt natürlich zu Umsatz. Danach hier, also 90 plus Tage, willst du natürlich dir auch einen Topf aufbauen an Leuten, mit denen du ein bisschen so live was machen kannst. Weil wenn du zum Beispiel sagst, was weiß ich, ist ein Event im Juni, dann bringt es dir nichts viel, wenn die 90 Tage da durchlaufen und du gar nicht über dieses Event im Juni reden kannst. Und das machen wir nach diesen 90 Tagen und gleichzeitig sind die 90 Tage auch so das Experimentierlabor nach richtig guten E-Mails wieder, die wir natürlich dann auch in den E-Mail-Autoresponder sozusagen einbauen können. Und dieses System hat wirklich, ich bin heilfroh seit über 5 Jahren eine E-Mail-Liste zu haben und die immer fleißig gefüttert zu haben, hat locker über eine Million gebracht. Weil einfach das große Thema im B2B-Bereich ist, was ich dir hier noch mitgeben will. Du hast viele Leute, die sich eher hier hinten nach 30, 180, 365 Tagen bei dir melden und sich für eine Zusammenarbeit entscheiden. Und ich würde sagen, das sind sogar wirklich 50-50. 50% hast du hier, 50% hast du hier. Und wenn du das nicht richtig da rechts bespielst, lässt du halt wirklich auch verdammt viel Umsatz liegen. In unserem Fall wäre es auf jeden Fall über eine Million gewesen, was wir hätten liegen lassen, hätten wir das nicht von Tag 1 wirklich richtig implementiert. Wenn sich das spannend anhört, lass uns gerne mal dazu in Verbindlich sprechen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das, was ich dir gerade gezeigt habe, macht halt nur Sinn, wenn du eine große E-Mail-Liste hast. Und wenn du wissen willst, wie du eine richtige E-Mail-Liste aufbaust, habe ich dazu gerade ein neues Video aufgenommen. Den Link dazu findest du hier, wenn du da draufklickst, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, hör dir das unbedingt an, beziehungsweise sieh es dir an. Weil alles, was ich dir erzählt habe, macht halt nur Sinn, wenn du 500.000, 2.000, 3.000 Leute in deiner E-Mail-Liste hast. Dann kannst du anfangen, darüber wirklich Leads zu bekommen, Anfragen zu bekommen und dein Unternehmen auch erfolgreich zu skalieren. Und wenn du wissen willst, wie du das in kürzester Zeit aufbauen kannst, eine eigene E-Mail-Liste, dann sieh dir unbedingt das folgende Video an.